Wenn Sie mal nach Santiago de Compostela pilgern, kommen Sie auf dem Sternenweg direkt an der Bodegas Orwellice vorbei, welche Ihre Türen für die Pilger gerne öffnet. Das Weingut ist für moderne Weine mit einem tollen Preis-Leistungs-Niveau bekannt. So finde ich diese Crianze aus Tempranillo, Cabernet Sauvignon und Melo beinahe unverschämt günstig für das gebotene Geschmackserlebnis. Ein Wein, der die Nase und den Gaumen zu verzaubern versteht.